Hallo Leute und Willkommen zu dem Weihnachts-Special auf meinem Kanal. Und was mache ich heute? Ja, ihr könnt heute 10x Nyon gewinnen. Alpha Centauri durfte ich leider nicht verlosen, weil Notaviable das schon selber gemacht hat. Und ja, auf jeden Fall, ich verkaufe den Client, ja wie gesagt, für 20€. Und ja, Nyon gibt es 10x zu gewinnen. Das Einzige, was ihr dazu tun müsst, ist einfach einen Like dalassen und einen netten Kommentar schreiben. Also einfach liken und irgendwas schreiben. Einen Grund, warum ihr ihn haben möchtet, könnt ihr auch wieder Witze schreiben. Also es wird halt random ausgesucht. Diesmal mache ich es nicht selber, weil letztes Mal war es so viel Arbeit, die alle durchzuschauen und dann auszuwerten. Ja, das mache ich mit einem random Comment-Picker. Aber ich werde auch nicht solche nehmen, wie einfach nur, ich will gewinnen. Doch, ich will gewinnen, könnte sogar genommen werden. Aber zum Beispiel einfach nur okay oder high oder so, wird nicht genommen. Dann nehme ich dann einfach den nächsten. Und ja, 10x wird der Client verlost. Ihr müsst ihn einfach selber antworten. Und ja, wenn ihr gewinnt, dann schon mal herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wünsche ich euch noch allen frohe Weihnachten, ein schönes Fest und auch dann frohes Silvester. Ich hoffe, ihr bekommt alle sehr, sehr viele Geschenke. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Lasst ein Like da und kommentiert, wenn ihr gewinnen wollt. Haut rein. Ciao. Ciao.